Lala Du hast ein Rätsel selbst gelöst? Das war doch gar kein Rätsel Wacht! Tiger! 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 Lass mich in Ruhe, du scheißviech! Schieß Halt! Da springst du mal komisch in die Mitte Stirb, 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 stirb! Hehehe Ich find das so lustig, ihr macht jetzt lust Wir brauchen keine Horrorgames mehr Wir haben Bock, Tocks mit Tumor 3 Oh man Es ist doch süßig, dass der da hoch muss Ja natürlich ist das offensichtlich Es ist halt, äh, ja Ach so, ihr habt doch den scheiß Spaß, ey Oh ja Gutes Entertainment Wie lange dauert dieses Level? Ach noch, es dauert doch ein bisschen, aber Es kommt so von, wie du dich anstellst Du musst halt rechnen Zehn Jahre Spielzeit bei dir? In Level 1 vielleicht zwei Jahre? Ähm Ah, ich häng hinter den Stein fest Ich geh schlafen Nein, läuft hier So, jetzt speicher ich mal Ich hab grad wieder eingefallen Mir vielleicht gut Den doofen Tiger schon erschossen habe Jetzt kommen wir übrigens zu der Stelle mit den rollenden Steinen Die anderen schon sollst grüßen, oder wie? Ach übrigens, ey, an diesem ganzen Baum-Scheiß kannst du rumklettern, ne? Würde ich mir vielleicht zunutze machen Warum bin ich kein Typ mit einer Peitsche? Ey, da müsst ihr Nazis geben Ey, da müsst ihr Nazis geben Da gibt es doch einen Ego-Shooter Fast alle Spiele über Nazis Sonst sind sie ein Ego-Shooter Moment! Halt! Falsch! Was ist das Saboteur? Das Saboteur ist ein Adventure und das hat auch Nazis drin Das Saboteur ist ein Third-Person-Shooter Das ist eigentlich ein Action-Adventure Nennen wir es Action-Adventure, okay? Damit kann ich leben Ja, aber trotzdem hast du Waffen, also Das Saboteur Ja, aber nur weil du Waffen hast, hast du keinen Shooter Dann wäre Tombaider auch ein Shooter Du hast auch Waffen in Tombaider Ja, Jump'n Shooter Ja, Jump'n Shooter Rock Tox macht einfach ein neues Genre Jump'n Shooter Ja Warum denn auch nicht? Man muss ja ein neues finden Und welcher Baum-Scheiß kann ich klettern? Die Tat Rock Tox Da spüren ja Nazis Dann ist es ja doch ein Ego-Shooter Ja, das kommt in meine Memoiren Ja, das kommt in meine Memoiren Da 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 Boah, ich könnte mir die anderen Shots 1 wieder anschauen Konzentrier dich bitte Ich weiß ja eh nicht, wo ich hin muss Ich möchte nicht 3 Stunden dir zugucken, wie du das erste Level machst Ja, das wird nicht anders übel bleiben, Isaac Vor Zurück Vor Zurück Ich weiß immer noch nicht, wo ich ran klettern kann Wir brauchen eine Upload-Decard Wir haben keinen mehr Oh nein Wir haben keinen mehr Oh Gott Ich glaube wir müssen so ein Schild aufhängen Eine Stunde später Star Wars The Force Unleashed war auch cool, das erinnert mich auch grad ein bisschen dran Star Wars The Force Unleashed Star Wars The Force Unleashed Star Wars The Force Unleashed Erinnert mich an Tomb Raider Viel interessanter ist Jurassic Park Jaaaa Da warte ich Da warte ich bis Hör bitte auf zu pfeifen Aufhören Hör mal wirklich jetzt auf zu pfeifen, sonst kriegt euch alle beide Sticky Ich bin mega auf dem Kick Darf ich mehr geben? Nein, das ist so laut Hey das sind Piranhas Aber du kannst Du kannst Du kannst Die geben Sticky Ich kann kein Sticky Kriegen Joa Ich kann zumindest mir selber kein Sticky geben Muss man nicht wissen, wo ich klettern kann wenn einfach alles gleich ausschaut Sieht nicht ja alles gleich aus Alles grün, graue, braune Matsche Prampe da weißt du warum ich so aussehe sich jetzt irgendwo hin kann man irgendwie drehen wo sie jetzt hin wenn ihr mich weiterhelf dann braucht man wirklich ewig ein bisschen dynamite und ja wir sind sie hier dann doch dekorieren wir kaputt gemacht ja ja da ist die kugel links ist ein tor und da komme ich nicht durch hier ist kein baumstein links ist aber entgangen kein baum ist der hebel bei dem gang der durch den baumstamm führt ja wo ist denn der gang der durch den baumstamm führt ich seh keinen dann such ok wir brauchen ewig hier eben war böse zu mir das reicht ja das kommando stückte tor also er läuft durch den langen stoffen durch und läuft in den verdammten hegel glaube ich sogar vorbei und umgekugelt nein alle musik hilfe ach ja da kommt eine kugel angerollt die solltest du vielleicht ausweichen das ist ja voll bei indianotones geklaut und umgekugelt und umgekugelt nein nicht umgekugelt alle neuner alle neuner ach ich weh ach 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 das ist alter als l ach wie vor jaco mal hier sådan 2 wo meine war ja Ah, fuck Tiger, ey. Was ist denn medikett, ey? Ich speicher mal. Puh. Ah, Tiger. Wie viele kommen denn denn noch? Ja, ein Tiger. Ich höre lieber dafür, dass ein Tiger hochzupfessen ist, dass er ein Tiger tötet. Ich töte aber gern irgendwelche Sachen. So. Jetzt bin ich von der großen Wand. Da ist ein Loch im Boden. Spring. Pro-Tipp. Links am Baum. Nee, Moment, Moment. Malte das vernebelte Loch links. Also, da soll das vielleicht nicht liegen. Ich hab's gar gesehen, ist ein Staffel D drin. Wie kann ich denn ducken? Und kriechen schon dessen hinten links unter dem Baumsturm her. Wie kann ich denn kriechen? Äh, Punkt, glaube ich. Ja, danke. Oh, Isaacs-Frage. Nee, wo guckt die? Oh, und mit Komma kann ich die Fackel an. Hafe, geh weg. So. Ich mach die Fackel wieder aus. Der Sammy von Facebook hat ein Arschgesicht. Das ist so ein Kristall. Heißt, ich speichere hier mal lieber. Das wäre vorteilhaft. Tiger! Wie der Windows-Taste, verdammt nochmal. Ah, was drückst du denn immer zu? Ich will auf Alt drücken. Okay, misch mal die Windows-Taste. Deswegen hab ich die rechte Windows-Taste deaktiviert. Ich spiel auf der linken. Was? Ich spiel, glaub ich, mit diesen komischen... Teufel hat's auf den Affen geschossen. Boah, da muss ich mal anders entsetzen, ey. Das ist anstrengend. Warum ist das nicht der, der Schuhe mit den Falltasten spielt? Genau. Aua. Tot. This is much contra what you give. Aua. Tot. Ja, ich hab nicht gewusst, dass da was kommt. So, da kommt der Tiger wieder. Wie macht man das? Was doch im Normalfall? Die Aktion zerstört auf E oder F. Die sind so drück und alt. So, ich speichere lieber nochmal. Dabei tun wir ja nicht. Oh, ja, ich weiß, dass es da nicht ist. Ich mein, in den normalen Spielen. Ja, Eingabeltaste. So, was ist das? Genau. Wie umständlich das ist. Gar nicht. Das ist wie angenehmer ist. Du kannst doch nicht mal... Aua, Stacheln! Du kannst doch nicht mal... ...kannst du nicht mal Makros benutzen können? Das wäre für mich völlig unmöglich. Ich brauche keine Makrosik im Pro. Oh, Gott. Ja, in dem Spiel vielleicht ja die beginnischer Stacheln. Da wäre kein irgendwie Feuer legen. Äh, in keinem. Du spielst Pfeiltasten im Jahr 2000 und... Warte mal. 15. Ja, ich spiel halt Pfeiltasten. Sowas macht man schon ewig nicht mehr. Ich spiel's immer noch. Ja, ist klar. Man hat einen schwierigen Nachteil. Gar nicht. Ja, aber wenn ich dich dann platt mache mit den Pfeiltasten, dann bist du echt du den Noob, weil du hast gewähnt verloren, der Pfeiltasten benutzt. Ja, dein, kipp mal. Zeig mal, wo. Hab ich schon oft genug im CSGO abgeschossen. Hochmessert. Das mit CSGO abgeschossen. Ja, und gemessert. Aber dann, wo muss ich da jetzt weiter? Waren sie da auf Kanokami? Nein, war er da? Ich glaub schon. Das schafft auch ein Silber 1, wenn er Glück hat. Das schafft auch ein Silber 1. Das schafft auch ein Problem im Silber 1. In Silber 1 kann er auch einen abziehen. So. Kommt leider davon an, in welchen Positionen und so weiter. Wann weiß ich, wann Level 1 vorbei ist? Wenn die Ladescreen kommt. Wo ist denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also so wie vor 10 Minuten, ja? Ja. Warte mal. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. 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 Ich weiß nicht, wo ich hin muss.